Perfekt, den haben wir. Ah ne, jetzt ist es weg. Ja, ah ne, warte mal. Wir haben noch einen letzten Spaß, haben wir noch. Ach, die Festung von den Pagern. Ja, und du weißt genau, welche Waffen wir dafür verwenden werden. Oh nein. Nicht die hier. Doch, doch. Ach, du Scheiße, Alter. Das nenne ich jetzt mal mega Schwierigkeitsgrad. Okay, warte, ich muss noch Ammo nachfüllen. Ich hoffe, das hast du schon gemacht, oder machst du es noch? Vielleicht, wir könnten eventuell viel gebrauchen. Ja, ach, die reichen. Ja, gut. Ah, komm, nee, zur Sicherheit nicht. Ich überweist ja nie. Wenn auch ein Helikopter kommt, dann ja, ich würde es nicht ausschließen. Nachher kommen wahrscheinlich zwei Helikopter. Das wäre, das wäre ja natürlich auch so eine... Ich bin gespannt. Also ich weiß jetzt echt nicht, was auf uns wartet. Das ist ja im Prinzip die Mega-Festung. In der Hauptquest hatten wir die ja schon. Ich fliege gerade einen Adler mit irgendeinem Tier weg. Okay. Wenn es auch nur ähnlich wie der Hauptquest wird von der Gegneranzahl, ja dann viel Spaß. Mit der Hauptquest bist du durch? Ja, ja. Hauptquest ist durch bei mir. Okay. Ja, also ich muss sagen, Hauptquest hat mir echt gefallen. Gerade so der Schluss. Wo man auch nochmal so... Kannst du mich schnell mit der Granate oder so killen? Ja, ich glaube, meine Lebensanzeige backt es gerade rum. Ich bin full life, aber der sagt mir nicht. Hast du nicht eine eigene Granate zum killen? Weil ich bin schon recht weit. Ah ne, du bist ungefähr über mir mit deinem Wingstuit. So, dann kann ich dich auch mit einer Granate killen, wenn du unbedingt willst. Ja, kill mich mal. Oder mach wenigstens ein bisschen Schaden. Hat es dir Schaden gemacht? Ja, warte. Okay, gut. Jetzt ist die Anzeige richtig. Perfekt. Das war nur ein bisschen die verpackte Anzeige. Achso, ja, das hatten wir auch mal. Aber mich hat es jetzt nicht so sehr genervt, dass ich suizidale Tendenzen hatte. So. Ich bin echt gespannt, was jetzt auf uns warst in der Festel. Hm. Der Marzler gehört. Achso, ja, da waren einige Adler tatsächlich. Okay. Ja, dann machen wir das jetzt hier noch als Abschluss für das Let's Play. Dann können wir jetzt hier quasi eine neue Folge machen, eine mit Überlänge, wo wir jetzt diese komische Festung mit unseren genialen Waffen aufräumen. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Ich traue mich da jetzt nicht mit dem Winx-Hoot runter zu fliegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Uah. Weiß ich nicht, wie schlau das jetzt ist. Aber wir sind zumindest schon mal da. Ah, okay. Ja, oder auch nicht. So. Okay, es sieht machbar aus. Es sieht so leer und zerstört aus, die Eingangstür. Ach, das liegt wahrscheinlich, weil wir die Ausposten so auch zerstört haben. Dann ist die Festung ja geschwächt, ne? Achso, ja, vielleicht. Da gibt's ja so eine Meldung. Okay. Nee, die musst du mir verfahren. Kann sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir einfach in der Hauptquest war man hier nicht schon, oder? Ah, man kann auch darauf schießen. Ja. Man wird dann zwar entdeckt, aber ich glaube, irgendwann wird die auch zerstört. Guck mal, hier hat die richtig Schusslöcher dadurch. Schau, ob man die rein theoretisch dadurch zerstören kann. Also wenn ja, braucht es viele Schuss. Ich meine, sie sieht kaputt aus. Man kann es fast nicht mehr lesen. Ich glaube, es ist nicht die beste Idee, was ihr hier gerade macht. Lassen wir das lieber. Du wurdest entdeckt. Schön. Dann würde ich sagen, starten wir gleich nochmal neu. Da habe ich auch noch alle Kugeln. Okay. Also, die Propaganda kann man so nicht so gut zerstören. Das können wir schon mal sagen. Weil ich habe mich schon reingeschlichen und ich habe Propaganda gerissen. Ja gut, dann bleib vielleicht mal da. Das brauche ich da einfach kurz. Warum nicht? Oh, da ist die Munitionsküste. Ja, da kann man sogar Munition. Und ja, bin da. Blinge ich aus dem Fenster? Ich glaube, ich weiß nicht die Munition, die ich verballert habe, aber okay. Okay, okay. Oh, oh. Okay, gut, dann habe ich nichts. Alter. Alter. Die Distanz ist einfach zu... Okay, den habe ich jetzt. Oh. Oh. Ränder natürlich weg. Ja, wir haben schon einen Helikopter. Das macht dieser Erster. Hier gibt es einen Mörser. Die Verlockung ist groß. Ich sollte ins Haus gehen. Du darfst den Mörser nicht nehmen? Ja, natürlich nicht. Gegen Heli bringt der Mörser eh nichts. Ja, das stimmt, aber ich bin leider tot. Mehr oder weniger. Okay, ich kann versuchen nicht zu... Nee, nee, da ist ein Fetter. Aber ich versuche ihn gerade auszuschalten. Ich glaube, ich habe ihn... Ja. Ja. Okay, perfekt. Ich komme. Okay, also einen fetten habe ich schon mal ausgeschalten. Oh. Jetzt durchsuche ich ihn. Jetzt kommt hier ein Gegner. So ein Fetter. Voraus. Zwei Fette voraus. Okay, Alter, mal. Die D2 hat eigentlich auch schon einen guten Durchschlag. Okay, ich bin down. Ja, versuch weiter zu schließen. Ja, Moment. Ja, wir haben ihn. So. Gut. Ich bin so ein bisschen hier kamikaze-mäßig unterwegs. Ja, das stimmt. In vorderster Front. Okay, Helikopter ist das natürlich zu nicht. Den Hubschrauber müssen wir mit der MS-16 ausschalten. Beim letzten Mal ging das. Ja, ich habe hier erst noch Fußsoldaten. die meine Bastion machen, Parsch. Verdammt, genau nicht getroffen. Okay, jetzt habe ich ihn aber. Ich muss wieder heilen. Da kommt doch gleich der Nächste. Ich sehe es, dass er schon kommt. Ja, er kommt. Er kommt. Okay, den habe ich aber auch. Das ist der Flug, äh, der Hubschrauber mit den zwei roten Punkten, die da rumlaufen. Ja. So. Äh, die vier. Die sind nämlich irgendwo Gegner. Ich dachte jetzt, vielleicht kann ich die, aber scheinbar nicht. Wie hoch fliegt denn der Helikopter? Hat man einfach gar keine Chance. Mit der MS-16 einfach wild drauf feuern, man. So geht's. So, ich versuche gerade den fetten mit der komischen Pistole auszuschalten. Nicht mit der Leuchtpistole. Alter, ich glaube, der Helikopter braucht schon eine Menge Schuss. Boah, pass auf. Drei war schon richtig. Okay. Wir kommen gleich hier. Zwei Fette kommen hoch. Okay, war das nicht zwei? Nee, drei kommen. Ja. Es könnten auch drei mittlerweile sein. Doch, es sind drei. Okay, einer tot. Anderen zwei aber noch nicht. Ja, aber einen von denen habe ich, glaube ich, geschwächt. Ich glaube, ich schon. Au. Nein, jetzt muss er nachladen. Will er mich verarschen. Hä? Ach, da kam einer von hinten. Verdammt. Au. Du bist auch da unten. Oh, nein. Ich hatte nur noch die vorne gesehen. Nicht, dass noch einer von hinten kam. Aber für den ersten Versuch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ja, das ging eigentlich. Das stimmt. Es hätte durchaus noch übler laufen können. Jetzt sind wir noch vergangen da am Anfang. Aber es sind schon viele. Fette vor allem. So, folgen wir einfach hier mal. Ja, ich gehe da auch mal hoch. Das sieht nach einem guten Plan aus. Ich mochte die Position eigentlich. Obwohl es auf jeden Fall gerade entdeckt. Ich habe es bemerkt. Dieser Ei geht so hoch. Ja, natürlich macht er den Wingshut. Das ist ja ganz klar. Warum, du Scheiß-Typ. Okay, hier ist er nicht. Ich versuche es mal hier mal die Stellung zu halten. Oh, ich habe was entdeckt. Was? Das können wir verwenden, um den Heli dann auszuhalten später. Und das wäre? Ein Gyroskopter-Ding da. Ja. Gyroskopter, der ist. Pass auf, da sind ein paar Fette. Äh! Ich bin tot. Pass auf, da sind ein paar Fette. Scheiße, der Sniper ist bei dir. Ja, das merke ich auch gerade. So, der Sniper ist tot. Aber hier kommt noch einer. Erst recht ein paar Fette. Oh, oh, ich bin so tot. Scheiße. Nähe dich am besten nicht zu sehr. Ich hatte ein Problem, ich hatte vergessen, dass da eine Leiter ist, sodass man da von oben reinkommen kann in das Haus. Oh, ja, ich sehe die fetten. Ja, genau, geh da mal nach oben. Ja, dann kann ich vielleicht von oben runterschießen. Ja, ich versuche hier von vorne zu schießen. Ich glaube, ich habe den einen. Warte, ich komme von hinten. Ups. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Wenn man runterspringt, macht er automatischen Tank. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hast du auch auszusehen, noch irgendeine Taste zusätzlich gedrückt. Keine Ahnung, ist auch egal. Wer hätte den auch so gehabt? Ja, eigentlich schon. Nee, also anscheinend, wenn man runterspringt, macht er einen Tank. Der hier, Aua. Oh, oh. Okay, da ist ein Fetter. Achtung. Hab ihn. Okay, wir haben ihn. Schnell, schnell, schnell. Oder hier? Okay. Alleine gegen den Fetten sind recht schwer. Da vorne kommt ein Sniper. Ja, den hole ich mir. Da vorne kommt noch einer, den kriege ich. Sehr gut. Oh, oh, der Helikopter. Wir sollten aber auch mal die anderen Gegner ausschalten, bevor wir mit dem Gyroskopter versuchen, gegen den Helikopter zu gehen. Weil ich glaube, das ist keine so tolle Idee. Das letzte Mal waren auch noch einige Fette umtriebig. Hier ist noch ein Kamikaze-Typ. Oh, scheiße, die Köpter. Oh, gibt es hier so viele Fenster, wo er durchschießen kann? Das ist ja nicht so ganz... Können wir nicht ein bisschen bessere Häuser bauen? Oh, hinter mir, der Helikopter ist böse. Okay, ich habe schon wieder drei abgeschnitzt. Scheiße, lass mich doch endlich rein. Ah, danke. So, scheiß Haus. So, hier haben wir schon so richtig einen Leichenberg vor der Haustür. Da unten ist noch ein Fetti. Ich glaube, das sind noch einige Fettis, ehrlich gesagt. Ja, das ist nicht so praktisch. Ich gehe mal hier hoch. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Oh, da kommen wieder drei Fette. Die haben mich das letzte Mal richtig mies erwischt. Ich hole meine D2-Schmoti. Oh, da ist da vieles. So, ich habe jetzt alle drei markiert. Das ist schon mal ein deutlicher Vorteil gegenüber dem letzten Versuch. Da waren die nämlich nicht markiert. Ich gehe hier schon gegen alle Fetten vor. Ja. Oh, da lebt immer noch. Nein. Ja, wir haben ihn. Okay, da kommen aber schon die anderen zwei. Okay. Moment. Nee, war das gerade die falsche Waffe? Nein, nein, nein. Wer ist deutsch? Ich habe keine Munition mehr für die Waffe. Ich muss zu dem scheiß Waffengedöns. Da war ja noch ein Munitionslager. Ja. Das ist gerade explodiert. Oh, das ist blöd, weil jetzt habe ich gar keine Munition mehr. Kannst du mir helfen? Warte, ja, vielleicht. Nein! Ich bin... Ich lebe wieder. Ah! Okay, aber ich nicht. Ah, gut, 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 gut. Okay, bleib hier, bleib hier. Ich spawne in 10... 12 Sekunden. Alter! Ich da... Ich... Okay, ich bin gerade gestorben, als ich dich wiederbelebt habe. Das war knapp. Ich brauche auch Munition. Ja, ja, Moment, Moment. Ja! Ja, meinst du... Bin wieder da. Ja, okay. Die Munition ist in der Luft gegangen. Ja, genau. Ich verstehe schon. Ich versuche mal die Leute. Vielleicht findet man da ja auch ein bisschen Munition. Oder tut ihr die automatisch schon mit wem? Nee, die sammelt da automatisch und du drauf gehst. Aber egal, die sammelt trotzdem mal ein bisschen was ein. Alter, dieser Leichenberg hier. Krass. Aber ist es nur noch der Helikopter? Ja. Wir könnten versuchen, mit dem Gyroskopter so eine Selbstmordoption zu starten. Ja, aber vielleicht nur einer von uns. Ja. Ich würde sagen, wir machen abwechselnd. Dann lenkst du ihn ab. Okay, du lenkst ihn ab, oder? Okay, ja, ich versuch's. Okay, mit der Schrot vielleicht nicht. Wir machen nicht mit der Schrot. Okay, ich... Okay, ich gehe wieder ins Haus, weil er jetzt auf mich schießt. Okay, ich bin neben ihm. Ja. Du siehst es mit vielleicht. Ah. Ich sehe dich. Gar nicht so toll zu steuern. Ich versuche ihn noch mal ein bisschen abzuschießen. Ich versuche... Aua. Es steuert auf mich. Das ist irgendwie unfraktisch. Ja, ich... Jetzt feuer er wieder auf mich. Okay, perfekt. Ich weiß nicht, ob das so perfekt ist. Für mich. Das weiß ich auch nicht. Das Problem ist, ich habe nur meine Schrotflitte. Ja, ich hätte da jetzt auch nicht so veraktiv dabei. Okay. Ich brauche halt eine Seitenwaffe. Mit der Six-Star versuche ich sie lieber nicht. Ah! Okay, ich versuche hier in Sicherheit zu bleiben. Okay, der Chorus-Kopter ist Fuji. Stimmt, wir haben hier gar nicht mehr. Verdammt. Aber wir müssen das so versuchen. Ja. Ja, das ist ein Stück. So, bist du wieder da gut? Ja, wenn wir jetzt noch sterben, das wäre ja etwas traurig. Das möchte ich vermeiden. Da ist auch noch ein Zweiter drin. Den können wir vielleicht rausschieben. Oh, er raucht schon, er raucht schon. Ah, sehr gut. Ich habe auch schon ordentlich was draufgeballert auf den. Das kann ich ja mal sagen. Der Schrot habe ich auch schon ein bisschen draufgeballert. Ich wollte eigentlich den Pilot rausschalten, aber... Ah, stimmt, ja, er raucht schon. Ja. Okay, jetzt müssen sie mich aber erst mal heilen. Okay. Und dann nachladen. Mit der M16 geht es, glaube ich, recht gut. Oder? Ja, ist okay, ja. Oder was mit was? Ja, das müsste die M16 sein, sobald ich... Ach ja, das ist sehr lustig. Okay, noch einer. Naja. Hoffentlich reicht dafür die Munition noch. Das hoffe ich auch. Wobei, ein bisschen, ich habe noch. Oh, ich habe, glaube ich, den Zweiten ausgeschlagen. Au, ich bin down. Kannst du mich... Warte. Ja, Mist. Ja, warte. Nein, 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 nein. Hallo, wiederbeleben. Nicht durchzubekommen, was machst du? Hä? Hä? Ich konnte nicht... Ich habe die ganze Zeit eh gedrückt wie ein Verrückter. Ernsthaft doch, nö. Ja. Oh, ho, ho. Ich konnte dich nicht wiederbeleben. Oh, scheiße. Na gut, ähm, den ganzen Spaß nochmal. Ja. Oh. Ja, das wird eine lange Folge, glaube ich. Naja, muss ja auch mal geben. Ich hoffe, die Platte läuft nicht voll, aber... Ja. Uwo. Okay. Gut, der da oben ist platt. Hey, ist auch noch ein Flammenwerfer unterwegs. Okay. 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 Ich glaube zumindest, dass das... Ah, nee, ist kein Flammenwerfer, aber ein böser. Ein sehr böser. Okay, ich muss hier runter. Nein. Nein. Verdammt. Achtung. Ich bin schon mal tot. Okay, ich hab ihn. Gut. Äh, ich... Versuch, die Stellung zu halten. Scheiße, da ist noch einer. Nein, das Munitionslager! Scheiße, Alter, nö. Ich glaube auch, wir sollten uns nochmal ein bisschen... Vielleicht mehr aufteilen, oder so. Naja, also einer, das heißt, das Munitionslager schon ganz cool, aber... Ja, ich glaube, ich werde diesmal eine andere Position suchen, wenn es hier noch was... Oder haben die nicht immer so Hintereingänge, die Festung? Oh, jetzt hat euch jemand entdeckt. Ah ja, ich hab den Hintereingang. Okay. Ich weiß doch nicht, wohin der führt und... Ah, du auch, wie ich sehe. Genau, ich bin da jetzt gespawnt. Ach so. Auch im Gefängnis ist es hier. Nö, schon Verstärkung immer, weil ich gehe jetzt mal. Das ist noch im Gefängnis, der kommt. Ja. Raketenwerfer liegt hier unten noch höher. Den dürfen wir aber leider nicht benutzen. Nö, nö, nö. Okay, hier kommt man dann rein. Die Festung. Hm, ich sehe den Fetten. Vielleicht kann man den Fetten hier runter locken, da ist so ein Fass. Ich glaube, das Explosionsfach will nicht explodieren. Toll. Nein, ich bin schon jetzt down. Oh, oh. Genau deswegen meine ich... Also, wir sollten uns wirklich ein bisschen aufteilen. Du gehst vielleicht rechts rum und ich gehe den Hintereingang. Ja. Von mir aus. Weil dann, wenn sie halt dann auf einen gehen, dann ist der andere mit etwas Glück noch halbwegs sicher. Weil wenn wir an derselben Position sind und die dann hier stürmen, dann haben wir halt ein Problem. So. Okay. Hm. Okay. Hatte ich schon jemand entdeckt? Mich? Nee, eigentlich nur nicht, glaube ich. Ich hatte nämlich schon eine Granatenbär. Ja, irgendwie schießen sie schon, habe ich nicht gemerkt, dass sie mich schon entdeckt hätten. Aber die schießen normalerweise einfach so ein Granatenbär. Ja. Also vielleicht wurde ich schon entdeckt, vielleicht. Aber ich tue den Granatfutzen mal ausschalten, ne? Ja. Ich bin ja noch am Erkunden der ganzen Sache hier. Okay. Ich hab's oben. Ja, ich hab's, glaube ich, jetzt. Okay. Ich kann mich hier von... Ah. Okay. Ah, ich bin jetzt hier. Okay. Okay. Okay, der eine hat mich jetzt gesehen. Das Fass ist explodiert. Und ich heil mich wieder. Ich muss gucken. Okay. Munitionslager müssen wir vielleicht echt vorher zerstören. Hm, Moment. Da hab ich ne Idee, wie ich den ausschalten kann. Verdammt. Komm schon, bewege dich nicht so sehr. Jawohl. Okay. Den hab ich ausgeschalten. Ich hab das Munitionslager zerstört. Nicht, dass das uns noch irgendwie Probleme bereitet. Okay. Das heißt, du bist jetzt sicher. Ah, du bist über mir, oder was? Aha. Da ist ein Fett hier. Ja, passt auf. Hier kommt wieder so ein Kamikaze. Ja. Aber den hab ich. Ähm. Ich glaub, hier kommt bald die Fette auf mich zu. Kann gut sein. Oh, ich hab ihn. Oh, ich glaub nicht. Ah, du bist, bist du auch nicht? Nee, du bist oben. Ähm, pass auf. Oh, nein. Ich fürchte, hier kommen gerade zwei Fette auf mich zu. Kannst du mich holen? Nee, 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 nee. Hab ich mit keine Chance. Ich kann nur schauen, dass ich mich in Sicherheit begebe. Nein, das ist das Blöde. Nee, zweit war besser irgendwie. Da kann man sich gegenseitig retzen. Ja, das stimmt schon auch wieder, ja. Okay. Ähm, gib auf und spawn neu. Okay. Wir gehen noch hoch. Oben war besser für dich. Ja. Ah, ja, das ging ja schnell. So. Ach, du bist immer nach unten. Nee, ich bin wieder nach unten gegangen, um einfach eine sichere Position zu haben. Weil du siehst, hier kommen ein paar Fette. Ich bin wer zum Beispiel schon down. Pass auf. Geh am besten nochmal zurück. Und ich bin nämlich jetzt tot. Ja, ich geh zurück. Und stirb nicht beim zurückgehen. Ich bin jetzt ganz weit unten. Ja, im Gefängnis. So, warte. Fünf Sekunden noch. Ja, leider keine. Ah, ich spawn hier oben. Aber ich bin schon wieder tot. Was wollen? Ich spawn hier direkt in den Gegnern. Also, ich finde hier unten nicht so geil. Warte. Warte, sind wir fertig? Ja. Okay, ja, wir sollten... Vielleicht gehen wir doch lieber wieder zusammen, ja. Das war irgendwie besser. Aber meine Position war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich fand sie scheiße, ganz ehrlich. Ja gut, wenn du runterfällst, dann ist es scheiße, ja. Nee, aber... Wenn du mal unten bist, dann ist es schwer, wieder hochzukommen. Weil dann alle oben auf einen warten. Ja, das ist in der Tat etwas blöd. So, da haben sie mich schon entdeckt. Ja, mich auch. So, du weißt, wo du mich suchen kannst, wenn... So, jetzt sollten wir da mehr mit der Waffe arbeiten, glaube ich. Eventuell sollte ich auch eine Munitionskiste hochjagen, bevor sie von dem Anlass hoch die Jagd gehen. Ich brauche aber noch die Munition. Ich glaube, auf die können wir verzichten, es gibt eine zweite. Okay. Das ist besser so. Alter, ich bin fast tot. Und der Fette ist immer noch da. Okay, ich bin tot. Ich versuche den Fetten noch auszuschalten. Er muss erst nachladen. Ja, ich habe den Fetten. Oh, da kommt schon der erste Elikopter. Ich kann nicht eh drücken. Du musst ein bisschen bewegen. Ja, das Problem habe ich nämlich... Ah, wenn man... Ah, nee, wenn man kriecht, dann geht's nicht. Du musst stehen. Das ist das Problem gewesen. Du musst stehen. Ja, hau, 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 hau. Ja, gut, ich habe ihn. Man darf nicht mit C kriechen. Das ist das Problem gewesen. Ah, okay. Ja, das ist natürlich gut zu wissen. Huch. Ach, der Helikopter sieht mich. Blöder Helikopter hier. Wobei ich da bei mir kommt keiner. Ich bin jetzt hier. Oh, oh. Da kommt gleich ein Vetter bei mir. Ich sehe es. Oh, Granate. Ja. Ja. Armin. Es war bei dir auch schon recht knapp. Ja. Ah, verdammt, die Granate hat mich ordentlich getroffen. Okay. Ah, da kommt die Verstärkung rein. Mhm. Ah, der Helikopter schießt auch. Oh, einer kam rein. Oh. Ich hatte jetzt nicht gerade die beste Waffe, aber... Schnell, schnell, schnell. Ah, ich darf nicht... Hä? Nicht griechen. Nicht griechen. Ja, ich kann ihn gerade nicht. Nicht griechen. Ja, der Leichenberg vor unserer Haus, der wird bestimmt noch größer werden. So, ich gehe mal nach oben. Einfach, weil ich es kann. Na gut, das ist eigentlich die beste Idee mit dem Helikopter hier unterwegs. Ja. Oh, wieder den Helikopter hoch. Ja, ich versuche ihn noch zu markieren. Okay, ich habe ihn markiert. Oh, oh. Nein, ich bin down. Okay, er ist down. Ja, ja, na gut. Da kommen gleich die nächsten zwei fetten. Oh. Ich springe aus dem Fenster. Ich glaube, das wird für mich gerade ein bisschen eng auch. Ah, okay, perfekt. Ah, nichts da wird hier eng. So, sehr gut, sehr gut. Ja, und wenn einer hier von der Hausecke aus, dann geht es ganz gut. Dann müssen sie nicht, wo lang sie laufen sollen. Ah. Äh, ich glaube, es ist gerade nur noch der Helikopter, kann das sein? Ja. Okay, halte du wieder die Bastion. Ich versuche diesmal mit dem Gyrocopter zu fliegen. Okay. Okay. So, naja. Ich bin gespannt. Ah, ah, sie schießen schon auf mich. Ich versuche, ihn abzuschießen. Ich bin mir lustig, so. Aua, aua. Ja, stirb nur nicht. Ja. Geil. Okay, ich bleib gerade in der Luft. Bei der Nächste kommt ja schon. Mit der Schrotflint, oder wie hast du das? Also, ja. Ich habe den für den Fahrer. Versuche, ihn abzuschießen, also auf dich zu lenken. Ja, mache ich. Gerade wenn er am Boden, auf dem Boden sinkt. Ich bin gerade gestorben, also... Aber der Helikopter auch. Sehr gut. Also, Haltgestellung... Irgendwie. Geil. Zwei Helikopter gerade. Selbst mit dem Gyrocopter ausgeschaltet. Nein. Ja, ich habe... Beim anderen habe ich den... Der Helikopter ist schon mehr oder weniger explodiert. Und deswegen... Da habe ich den Fahrer, glaube ich, beim zweiten. Habe ich sogar den Fahrer hier ausgeschaltet. Ich kann sagen. Ich war auch irgendwo beim Führerhaus, deswegen dann... Irgendwie ist man dann mit dem Gyrocopter in die Luft geflogen, auf jeden Fall. Und noch ein Helikopter. Was? Nicht noch einer. Jung, noch. Jetzt treibt er aber langsam. Ja, gut. Aber er geht gerade in Lande an. Das ist gut, oder? Ja, vielleicht kriegen wir auch das hin. Ich sehe ihn gerade gar nicht. War doch da vorne. Nein, von hinten kam er. Oh. Ja. Hat mich gekillt. Kannst du den noch irgendwie versuchen? Kannst du mich holen? Ich weiß nicht, wo er ist. Das ist ein Problem. Kannst du mich holen? Ja. Ja. Ja, das Problem ist, ich werde angegriffen, wenn ich dich hole. Aktuell. Ich will uns das nicht riskieren. Das ist ja... Das Munitionslager ist auch in den Luft geflogen. Wo bist denn du? Wie komme ich denn zu dir hoch? Ich muss außen rum. Ah ja, ich schaffe es. Okay, gut. Gut, 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 gut. Jetzt haben wir auch keine Munition. Ja. Warte. Okay, hier ist irgendwo einer. Scheiße, ich glaube, das ist ein Sniper. Nein! Kommt der NDS Haus rein. Die Waffe ist da rein. So, ich lebe es noch. Gut. Na, da unten ist irgendwo ein Sniper. Okay, hier kommt eine Vetter. Das gefällt mir erstmal nicht so gut. Und ein Sniper, das ist das Problem irgendwie gerade. Ah, warte, ich sehe ihn. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Der Sniper ist gerade ein bisschen... Nein, du Vetter kommt mal hier. Ja. Alter, ich kann nicht durchs Fenster. Jetzt. Ich bin fast tot. Scheiße, ich auch. Ah, guck mal, unter mir. Ja. Warte, ich will dich nicht heilen. Alter, nee, jetzt hat er ausgeholt mit einer Schwinge. Oha. Kommt. Ja. Oh, puh. Oh, aber immer hat mich gar entdeckt. Aber egal, ich hab dich wieder. Ja, da draußen lauert noch. Da ist irgendwo einer. Wobei, ich hab einen gekillt. Alter, hier kommt gerade ein. Ja, ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der ist dauernd, der fette. Alter. Okay, gut, gut, gut. Ich war fast tot, aber nur fast. Puh, es ist schon spannungierter. Ist noch ein Sniper. Okay, warte. Der kommt jetzt so. Jawoll. Sehr schön. Vierte Festung. Jetzt haben wir auch alle Festungen. Und die hier sogar mit unseren beliebten Waffen. Oh, Mann. Okay, ja, wir haben es geschafft. Ja. Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir die letzte Herausforderung endgültig abgeschlossen. Ja. Ja, ich kann auch Propaganda abreißen. So. Wobei, die M16 ist schön. Ich weiß nicht, so schlecht ist die nicht. Ja. Also, wie man sieht, man kann auch mit diesen Waffen das Spiel beschreiten. Was unbedingt will, ist halt die andere Sache. Oh, so geht eigentlich. So schlecht ist die nicht. Oh. Oh. Man kann es fast zerstören, aber nicht ganz. Okay. Naja. Ich brauche mal einen Granat werfen dazu. Oder? Ah, okay. Es wird nichts mehr angegriffen von Pelgens. Nein, warte, weil Leuchtpistole, mit der geht es doch bestimmt auch, oder? Stimmt. Warte. Ja. Ja, Propaganda zu. Ich bin schreitbar. Ich bin schreitbar. Ich bin schreitbar.